Herzlich willkommen zurück zur GPL-Show Season 9, Spieltag 8, jetzt auch in der Doubles Division zurück in der Rückrunde. Es geht los und ich kann es nicht erwarten, von daher springen wir direkt rein ins erste Match, die Akatski-Amphebiens gegen die Toon World. Mindhub beginnt den Kampf direkt mit seinem Drachenduo, steht jedoch direkt Feli Nara gegenüber und die Toon World reiben sich bereits die Hände. Das ist eine Spex-Schallwelle, da kann mich keiner aufhalten. Doch Tortonator, der Neuzugang der Akatski-Amphebiens, blockt die rechte Hand Spex-Schallwelle einfach mit Rundumschutz, während Knackrack die Tarnsteine legt. Oh no! Denn es legt das Klebernetz, Vickervold bezahlt dafür aber auch fast mit seinem Leben und Knackrack kommt zurück aufs Feld, nachdem der Wechsel den Bedroher-Drop resettet hat. Daraufhin holt Tortonator den Hausbruch raus, auch wenn er sein Schlokraut leider schon an dem Bedroher verloren hat. Fruststampfer krittert Feli Nara weg und die Hitzewelle chippt Lamus an, somit reicht die nächste für den Kill. Turtonator, warum gewinnst du gerade? Du solltest gar nicht gewinnen, du hast den Shell-Smash nur drauf, weil ein Slot frei ist. Was soll der Mist, Turtonator? Bispack versucht Tortonator mit Standpauke und Donnerwelle Einheit zu gebieten, aber dank des Rückenwinds von Elfuhn ist er immer noch schneller, misst jedoch seine Hitzewelle auf Stahlobor und droppt deswegen. Der Schaden ist allerdings bereits angerichtet. Trefferschwall killt Stahlobor, Mondgewahl nimmt Turum raus und das Vickervold kommt nicht einmal mehr in die Tarnsteine rein. Ein beeindruckend starkes 4 zu 0 für die Akatski-Amphibians. Im zweiten Match des Tages, die Voltwizzards gegen die Summerblaze will Razor sich natürlich nach der 0-6-Niederlage in der Hinrunde nicht noch einmal blamieren. Sein Lead schürt auch direkt Angst in Nesfloh, der mit X-Bad erstmal den Rückenwind rausholen will, jedoch wechselt Razor sein Kapaloris sofort aus, während der Orkano gegen den Schutzschild kracht. In Runde 2 misst dann der Superzahn der Voltwizzards, jedoch reicht die Pferdestärke alleine aus, um Britsiegel vorm Feld zu fegen, bevor es irgendetwas machen kann. Im Anschluss zerstört Grabbits Eishieb Katapuldra mit einem Crit, allerdings kann es von Kapaloris revenged werden. Eine weitere Runde ein weiterer Kill, denn Boreos Orkan besiegt X-Bad. Razor kann nun selbst den Rückenwind aufsetzen und Sneeble mit der Lehmbrühe aus dem Spiel nehmen. Kapaloris wird gesackt, um Boreos Belebekraft zu aktivieren und Viscogons Blizzard chippt Gortrom hart an. Kurelai kann es jedoch in der darauffolgenden Runde mit Diebeskuss killen und auch die letzten zwei Pokémon der Soulblaze fallen kurz darauf. Dieses recht schnelle Match endet mit einem 3-0 für die Voltwizzards. Kommen wir zu den Scherzkeksen gegen die Royal Bluff und Downey hat ja in der Singles Division im achten Spieltag verloren gegen die Royal Bluff und Ele will jetzt natürlich den Doppelsieg für die Royal Bluff rausholen. In Runde 1 steht Durengard im Fokus. Die Erdkräfte von Demeteros aktivieren den Schwächenschutz, während Durengard selbst auf Autotomie geht und die Mogel-Hieb-Mons sich halt gegenseitig irgendwie eine Backpfeife geben wollen. Nicer Dicer. Hydronic Double targetet Durengard sofort, dieses geht allerdings auf den Königsschild, während Kikli die Chiora-Behre von Demeteros abschlägt. In der nächsten Runde hat dann Demeteros letzte Stunde geschlagen, jedoch kassiert Durengard die Paralyse durch Wangenrubler. Trotzdem kommt erneut der Königsschild und Entlastung Kikli geht auf Ausdauer, um den Feuerball zu überleben und die Salka-Behre zu triggern. Der ist jetzt richtig schnell unterwegs. Der Gegenschlag, der durch den niedrigen KP-Wert eine Stärke von 200 bekommt, schippt das einwechselnde Milotik an und Togodemaru packt die Schutzstacheln aus, was jedoch effektlos bleibt, als die Full-Para greift. Doch jetzt rennt Ele in Milotiks Schutzschild und verliert Kikli, bevor es ein Pokémon claimen kann. Dafür kriegt er aber wenigstens den Kill an der kleinen Elektromaus. Die Kerzal-Behre rettet Milotik vor dem Donnerblitz, Liberlo besiegt fast das Kapuriki, allerdings ist Durengard trotz Parra schneller als Milotik und kann Liberlo mit sich reißen, als die Lehmrühr den Double-Ko holt. Aua! Pipi stellt sich schützend vor die Wasserschlange, damit sie sich mit Genesung hochheilen und mit dem Eissturm die Speed-Control sichern kann. Der Draco-Meteor reicht knapp nicht gegen Fuegro aus, Latios lebt aber auch den Eissturm und Milotik ist durch den Bedroher auf Plus-2-Spezialangriff. Latios wird rausgenommen und die Lehmrühr misst Latias, was potenziell entscheidend für die Differenz ist. Das ist der Best-Case! Das ist der Best-Case, Freunde! Denn in der nächsten Runde sichern sich die Royal Bluff das Match und auch den Doppelsieg gegen die Scherzkekser in diesem Spieltag mit 2 zu 0. Definitiv das spannendste Match des Tages bis jetzt und deshalb freue ich mich auch ankündigen zu dürfen, dass wir ELE genau jetzt gerade bei Heinrich Amster am Mikrofon haben. Heinrich, wie zufrieden sind die Royal Bluff mit diesem Spieltag? Ja, wir stehen hier mit ELECTEC9 und ja, in der Hinrunde war ja Elan so viel Erfolg quasi komplett verlegt, müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Aber zum Start der Rückrunde ging es ja dann eigentlich sofort besser los. Von daher, in welchem Hawaii-Hemd hast du es denn am Ende wiedergefunden? Im Grünen tatsächlich. Ich habe da auch noch so Pizza-Hawaii-Socken. Ich weiß zwar nicht, was der grüne Teil von der Pizza-Hawaii ist, aber das passt halt so perfekt zusammen. Und dann noch diese Pizza-Cap, die ich oft aufhabe, das war es dann einfach. Das war der Modus. Ja, ich nehme an, du bist einfach sehr umweltbewusst und packst bei der Pizza-Hawaii halt auch das Grün von einander mit drauf. Im Rückrund-Draft habt ihr ja nur drei Pokémon ausgetauscht, aber vom quasi Tabellenletzten erwartet man ja eigentlich doch eher, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpfen. Trotz der Tabellenposition also immer noch Vertrauen in den ursprünglichen Kader? Ja, ich habe da auch die Vermutung, dass es wahrscheinlich gar nicht an den Mons lag, dass wir letzter waren. Und da mussten wir den Schuldigen woanders suchen und deswegen ist es besser, die Leistung zu verbessern und nicht die Mons zu verschlechtbessern, sag ich mal. Also sagst du, zu viel Pizza-Hawaii und die Gravitation hat euch nach unten gezogen? Ich wurde halt oft verprügelt und ich brauchte da ein bisschen Stärkung, jetzt kann ich halt zurückkauen und der Akusha ist ja sicher ein Kopf kleiner als ich, das hat schon mal gut funktioniert. Vor allem überrascht es mich, dass Serapendra gedroppt wurde, wobei es doch an einigen Stellen in dieser Season wirklich viel Work gemacht hat, vor allem gegen die Volt Wizards. Also wie kam es zu dieser Entscheidung dann Smogmog, denn Smogmog baut ja deutlich weniger offensiven Druck auf. Ja, das war leider ein Wechsel, den wir machen mussten, einfach aus Synergiegründen. Ich bin leider auch großer Serapendra-Fan, also ich mochte den ja, aber das musste halt raus, ist leider schade. Ja, aber ich glaube, dass wir trotzdem die Offense anders aufbauen können, müssen, wollen. Ich schau dich an, Mo. Ihr habt ja dann sofort am ersten Spieltag der Rückrunde mit einem Doppelsieg einen Tabellenplatz gut gemacht, von 7 auf 6, steht damit jetzt über den Akatski-Amphibien, gegen die ihr als nächstes ran müsst und du hast deine persönlichen Hinrundenpunkte bereits verdoppelt. Ist das jetzt ein guter Boost für Selbstvertrauen oder wird das eh eher ein kurzes Teambuilding? Smogmog, Giftspitzen, Rest kann zu Hause bleiben. Ja, die haben jetzt leider einen Poison-Type, aber war auf jeden Fall der erste Blick beim Teambuilding so, was haben die jetzt gegen Giftspitzen? Und ja, wir werden es anders angehen einfach mal, jetzt versuchen wir es mal einfach mit Willow-Wiss-Spam oder so, vielleicht klappt das ja auch. Alright, wir holen uns jetzt eine Pizza, machen Urlaub auf Hawaii, zurück ins Studio. Danke Heinrich. Kommen wir zum letzten Match des Spieltages, Defendant Gator gegen die Victory Instinct und Pog ist heute mit einer insane wilden Wahlschalen-Mogel-Hieb Alolas Nobili-Cutstrat am Start. Und die geht auch noch sofort auf. Er hat speedet Zeraora Smogel-Hieb und Enteys Läuterfeuer ballert daneben. Alter, ernsthaft? Super bitter, dass dieser eigentlich super Strat aufgeht, aber der Mist dann alles kaputt macht, vor allem weil Kapu-Kime sofort anfängt sich zu setuppen. Wirklich wack. Es ist wirklich maximal wack. Die Lehmbrühe boostet Gastrodon dank des Sturmsorgs, die Matsch-Bombe aktiviert allerdings auch den Schwächenschutz von Tapu-Fini. Zeraoras Standpauke arbeitet gegen den Sturmsorg, jedoch misst die zweite Lehmbrühe Gardevoir und der Alola-Wächter wird von der Schnecke weggekrittet. Und ab jetzt läuft es einfach gar nicht mehr für Pock. Bene prediktet das Schutzschild auf Gastrodon und killt Gardevoir. Dann protectet er mit Zeroot, als der Eisstrahl kommt. Gastrodon geht jetzt wieder aufs Schutzschild, die Victory Instinct fokussieren aber Alolas Nobilikas. Jede Runde die richtigen Predicts. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unglaublich. Nachdem Bronzong den Bizarro-Raum rausgeholt hat, passiert etwas, was sich schwer erklären lässt. Von daher schaut es euch einfach selber an. Okay, let's go. Let's go. Komm schon. Meine Actionfigur wird jetzt was machen. Komm schon, Bronzong. Du bist meine Actionfigur. Meine. Wir werden jetzt hier einmal in das Subdoss-Media beamen. Ich habe eine Actionfigur mitgenommen und die Actionfigur wird hier performen. Da bin ich komplett bereit, dass die Actionfigur hier jetzt was machen wird. Samas? Okay, wir sind Samas. Danke, danke, danke. Bitte protect mir nichts anderes. Okay, Scanner. Perfekt. Mit dem Media beamen ein anderes Slot. Bitte, bitte kein Project mit einem anderen. Perfekt. Mit dem Media beamen kommt. Okay, komm schon. Komm schon, Actionfigur. Meine Actionfigur muss da was machen. Komm schon. Du bist nicht umsonst meine Actionfigur. Komm schon. Kosmische Strähle. Strähle. Kräfte. Genau, meine Kräfte kommen. Die Kräfte werden immer besser. Energiekauf bereit. Und der Media beam. Und der. Perfekt. Let's go, Bronzong. Du bist hier in Action. Komm, claim diesmal in Kill. Let's go in Kill für Bronzong. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Die Actionfigur killt dann auch noch Terrakium. Und The Root beendet das Match gegen die sehr, sehr salzigen Fanand Gator mit 2 zu 0. Und damit springen wir in die Tabelle, die am oberen Ende wahrscheinlich so sortiert wie noch nie ist. Die Victory Instinct alleinig mit 36 Punkten auf Rang 1. Die Voltwizard mit 33 auf Rang 2. Und die Scherzkekse mit 30 auf Rang 4. Nur drei Punkte dahinter immer noch die Soulblaze. Änderungen gab es heute tatsächlich gar keine von daher geht es wie gewohnt weiter. Die Toonworld auf 5, Royal Love auf 6, Akatsky Amphibians auf 7 und die Fanand Gator nach wie vor 8er. In der Doubles Division hat sich was getan. Wir haben zwar immer noch Nestflo und Bene ganz oben, aber Mindtube mit einem riesen Sprung von 6 auf 3. Mindtube jetzt neutral. 4 Siege, 4 Niederlagen, 12 Punkte. Die Differenz auch fast neutral. Und damit ist er auf Rang 3. Denn nach wie vor steht einfach fast jeder in der Doubles Division negativ. Die einzigen, die positiv stehen, Nestflo und Bene. Aber Mindtube auf jeden Fall mit einem riesen Sprung. Er überholt sowohl Hydronic als auch OGDNZ und POC Galaxy. Razer auf 7 und Ele, obwohl er die Punkte aus der Hinrunde bereits verdoppelt hat, nach wie vor auf Rang 8. Springen wir also in die Killrangliste und da sehen wir, dass nach wie vor Keldeo auf Rang 1 steht. Auch wenn es heute keine Kills gemacht hat, mit 16 Kills immer noch dabei. Rang 2 ebenfalls mit 16 Kills. Nidoqueen und Stahlobor ist wieder da. Stahlobor auf Rang 2 und auf Rang 4. Demeteros in der Inkarnationsform mit 16 Kills. Also die Killrangliste wirklich, alle haben 16 Kills. Alle haben 16 Kills und es kommt nur noch auf die Einsätze an. Von daher habe ich so langsam das Gefühl, wenn man die Killrangliste gewinnen will, ist es fast besser, das Pokémon, was oben steht, gar nicht mehr mitzunehmen. Es haben eh alle 16 Kills. Die Killrangliste der Doubles Division recht ähnlich. Keldeo auf 1, Nidoqueen auf 2 und Primarena mit 9 Kills auf Rang 3. Kommen wir zur Auswertung der großen Logo-Abstimmung. Es warb ja zwei Gruppen, die jeweils gewonnen wurden. Jetzt sind wir im großen Finale und wir schauen uns an, für wen abgestimmt wurde. Auf dem vierten Rang die Soulblaze mit gerade mal 12%. Auf dem dritten Rang die Toon World mit, umgedreht, 21%. Von daher jetzt die große Frage, wer hat es gewonnen? Wer hat eurer Meinung nach das beste Logo der Saison? Die Volt Wizards oder die Royal Bluff? Und es sind tatsächlich die Volt Wizards. Mit 43% gewinnen sie eindeutig diese finale Abstimmung. Tatsächlich haben sie auch 43% in der anderen Abstimmung, in der Gruppenabstimmung mittlerweile. Die Royal Bluff mit starken 25% auch mit dabei. Von daher Gratulation an die Volt Wizards. Wobei auch jemand in den Kommentaren geschrieben hat, vielleicht ist das irgendwie ausgeratet von, wer hat das beste Logo zu, wer hat die größte Fanbase in der GPL-Show. Im heutigen Community-Poll machen wir mal eine Frage, die mich persönlich tatsächlich sehr interessiert. Und zwar, wie viele Matches schaut ihr so pro Spieltag? Seid ihr wirklich jemand, der versucht, alle acht Matches zu schauen? Also da fasse ich jetzt die Doubles und die Singles Division zu einem Spieltag halt zusammen. Verfolgt ihr nur eine der beiden Divisionen? Oder schaut ihr nur bei ganz bestimmten Spielern, die ihr halt einfach am meisten mögt? Oder schaut ihr natürlich nur die GPL-Show, weil sie mit Abstand das geilste Format auf YouTube ist? Oh yeah! Aber würde mich mal ernsthaft interessieren, wie viele Matches ihr so wirklich mitverfolgt. Denn man hat ja auch nicht immer Zeit, vor allem die Singles Division, alle Matches zu schauen. Da ist man halt gerne mal drei, vier Stunden zugange. Und diese Zeit hat ja vielleicht auch nicht jeder. Von daher würde es mich wirklich mal interessieren, wie viele Matches ihr so schaut. Könnt ihr natürlich auch gerne einen Kommentar mit einer genaueren Erklärung dalassen. Das war es aber erstmal für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder zum neunten Spieltag in der Singles Division mit einem neuen Interviewgast. Bis dahin, haut rein! Bis dahin, haut rein!